Super-Take legen! Sie setzen sie früh unter Druck, sind da, gutes Pressing und das zahlt sich in dieser Szene aus. Er fasst sich einfach mal ein Herz und zieht ab, aber zu weit weg und damit einfach für den Torwart. Und jetzt ein Schuss! Mit diesem Tor haben sie es. Daran zweifelt hier jetzt keiner mehr. Sie führen deutlich, haben hier alles im Griff. Das ist ein Schuss! Das ist ein Schuss! Das ist ein Schuss! Das ist ein Schuss! Schuss! Vielen Dank.